Was geht ab, ihr Zocker? Chivalry 2 hat jetzt wieder eine schöne Map, die wir noch nicht hier auf dem Kanal hatten, und zwar die Schlacht von Fallmire. Ich freue mich da schon richtig drauf. Gönnt euch das, abonniert den Kanal, um keine weiteren Gaming-Videos mehr zu verpassen. Und komm, wir quatsch jetzt nicht mehr so lange, legen wir direkt mal los. Flucht aus Fallmire. Agatha startet einen Überraschungsangriff auf ein Mason-Gefängnis, um einen Kriegshelden zu befreien. Scheiß doch, den Kriegshelden, Mann, Alter. Man kann doch über was anderes spielen. Es gibt Frauen, es gibt Steuern. Nein, wir nehmen, wir befreien natürlich für die 0815-Typen. Was ist mit der Prinzessin im Turm? Die ist auch immer noch gefangen. Was? Tatsache? Ich bin jetzt so ein richtiger Knecht. Ich bin kein Knecht, ich bin ein Bogenschützer, das gibt's nicht. 12 Sekunden später. Danke. Dann sieht der Knecht kommt. Hast du erst der Toll schon offen? Ja, perfekt, hab ich gut gemacht. Hä? Ja. Ich hab die ganze Arbeit da gemacht und du kommst da einmal und denkst, du hast den Job gemacht? Ja. Ich bin dein Teammate. Nächster ist offen, Tim. Ah, sie greift man. Warum nicht? Ah, ich muss mich jetzt mal heilen. Komm her, Alter. Die ganze müssen Packtausch auf den Sack. Ha, 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 ha. Weg mit dir. Oh! Wo kommst du denn her? Oh, hat das weh getan. Ah, ha, ha. Mit Waffsmesser hab ich ihn geworfen. Oh, der sticht mal. Ja. Au. Angriff. Oh, ich hab meine Waffen weggeworfen. Mal ehrlich, warum hast du das nur getan? Gut gemacht. Na, da musst du auch lachen, Kumpel, ne? Ich werde ihn gefangenen Wagen retten. Ha. Geblockt. Ich hab's geschafft an sie. Ha. Hi, how are you? Da kommen noch mehr von diesen roten Rittern. Komm her, du Schwachkopf, hä? Alter, dieser Morgenstern hat ja mal gar keine Reichweite. Komm her. Kim, ich bin... 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 Was zum... What the... Was war das denn? Idiot. Was? Ich glaube, langsam, das war ein Bot. Ich glaube, langsam, das ist schwer, gutes Personal zu finden. Ah, ah. Ups. Das ist ja gar kein Baller. Warum... Okay. Ah, der war schneller. Nein, Brutus! Ich brauche... Ich bin eine Petrale. Ich will aber keine Bombe jetzt montieren. Ich brauche... Heilung. Verpiss dich doch! Einfach! Ah, heiß! Game over. Ich bräuchte hier... Ich bräuchte Security. Ich habe eine Bombe dabei. Ja, ich bin jetzt am Leben erst. Ich bin gerade verbrannt eben. Für die Rechte der Knechte! Ich kann nicht setzen. Ich muss warten, bis es explodiert. Ja. Alter, ist hier gar keiner recht? Oh! Und ich habe ein halbes Leben verloren. Eine Minute, 37 Sekunden später. Echt jetzt? Tati, da kommt Verstärkung! Na toll! Toll, jetzt kommt die! Ihr seid solche Hure-Säne! Und jetzt sind wir durchgekommen. Ja toll, es war Hau. Heiß, 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 heiß! Ich war's tot. Oh no! Mein Ei hat mich gehauen. Das gibt's nicht. Aber er hilft mir. So, komm. Angriff! Ja! Befreien wir unsere gefangenen Brüder! Der Knecht und die Vorhut auf dem Weg zum Sieg! Ja! Ich bin die Vorhaut, was? Der Knecht und die Vorhaut! Der war der Vorhaut-Knecht! Weil ihr zwei Wildschweine keinen Geschmack habt! Was hängst du da, Junge? Vom her! Ah! Der hat einen Hammer! Dansi, pass auf! Er kommt zu dir! Au, das war ich! Sorry! Ja, ich dachte, du bist weiter! Das Problem ist, ich hasse diese Waffen, Alter! Oh fuck, da kommt noch mehr! Ah! Ich habe die gefährlichste Waffe von allen, Junge! Pferde Scheiße! Ist das dein Ernst? Ist das dein Scheiß-Ernst, Mann? Spüre den mächtigen Kot! Nein! Nein! Die haben ihn getötet, bevor ich mit der Scheiße schmeißen konnte! Ah, jetzt haben wir aber schlechte Laune! Ich stech dich ab! Au! Wo ist jetzt meine Pferde Scheiße wieder? Da! Pferde Scheiße! Ja! Schon wieder getroffen! Was? Ah, gekontert! Au, au! Au! Das waren jetzt drei gegen einen! Wie unfair! What the fuck? Wer sammelt denn... Ja! Dansi, soll ich dir mal ein Händchen reichen? Ah, hast du auch die Leichen gefunden mit dem Händchen? Das habe ich plötzlich mit Robbe gemacht! Aber wir haben sogar eigentlich verprügelt zum Tode mit den Händchen! Ich sagte nur... Hey, ich habe dir nur eine fehlende Hand gereicht, ne? Die verflöge Waffe gegen den Zug zu der Hand! Sprachen lernen, Bubble! Ah, lieber Kompi! T-backst du gerade? Wo gehst du hin? Komm! Wenn du nicht willst! Was zur Hölle? Der ist umgefallen, Alter! Hat der eine Krankheit, oder was? Ich greife von unten an! Ich schaff mit! Oh, du hast ein paar Follower, ne? Alter, also zieh mit! Ja! Du hast jetzt zu fünf! Ein paar Sekunden später! Los, los, los bei der Einheit! Wir sind Team Penetra... Wir waren eben zu fünf! Jetzt sind wir doch zu zweit! Also nicht mehr so viele! Oh, fuck! Hier hinten sind ein paar! Komm, greif an mit der zwei! So habe ich das eigentlich nicht gemeint! Einer weg! Ja! Oh, ich habe ein paar Arten gezündet! Ja, hab noch einen! Oh, fuck! Mich hat's erwischt! Warte, sieh! Du musst aufpassen! Oh, Bruder, Alter! F in den Chat für die gefallenen Brüder! Die liegen wohl was länger hier! Sind auf Fliegen! Aber egal, wir haben die Brücke gleich! Oh, der Bruder hängt da auch eine Zeit lang! Ah! Kulper! Ah! Oh, why? Weil ich... Weil du ein Fight bist! Deswegen! Oh, fuck! Daneben gehauen! Oh, heiß, 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 heiß! Wo, 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 wo! Das Feuer da! Hey, hey, hey! Tja! Ich bin in so... Wieder so eine Masse... ...eine Masse... ...eine Masse... ...reingeraten! Das passt so sehr! Ja! Aber egal, wir müssen die Brücke holen! Ich bin dein Teammate! So 10 Pfund! Ja, und ich bin neben mir umgefallen! Weißt du, du stehst neben mir und ich krieg die Axt ab! Du könntest ja zumindest mal sagen, danke Tim, dass du dein Leben für mich geopfert hast! Wichser! Selbst schuld! Alter, wie viele Ballester-Pfeile liegen hier stehen? ...einer weg! ...einer weg! Einer weg! ...einer weg! ...einer gekontert! Ah, Teammate! Und wieder einer weg! ...einer weg! ...einer weg! ...einer weg! Lass mich raten, das war ein Teammate! Ja, aber mit dem anderen! Ich hab den... Unser Teammate hab ich mit dir nicht abgeschlagen! Die hätten wir ja wieder dran denken können! Ja, mit einem Tacker, oder? Ja, mit einem Tacker, oder? Wäre eine Möglichkeit, oder? Im Mittelalter gab's keine Tacker! Ey, komm, Alter! Das gibt's doch nicht! Gesch... Geschicks-Banause! Au! Das... Ich war dein Teammate! Ja, komm, also! Man muss ja nicht so realistisch bleiben, oder? If I have to, my lord! As you wish, sir! Okay! Ich schlafe mit! Irgendwann später! Jetzt! Von hinten! Was ich ihn befohlen hab! Come on! Biscuits! Oh, fuck! Die kommen ja alle! Oh! Also, Überraschung sagt sowieso, es hat überhaupt nicht geklappt! Das ging... Also, ich war erfolgreich! Wir... Das... Ach, das ist doch wieder scheiße, man! Die Teammates sind wieder zu weit hin! Ja, brüllt doch noch lauter! Mein Ohr tut ja sonst nicht schon weh! Wir müssen halt so gucken, dass wir die jetzt da vorne platt machen! Das bräumt unser Bot, oder unser... Spiel... Ja, kommt aber langsam! Guck mal! Wir haben's geschafft! Wir sind in Überzahl! Au! Oh, ich hab jetzt ganz viele erwischt mit dem Ding jetzt! Oh! Spiderpick 440! Was ist das für ein Name? Hier, Heilung, Jungs! Äh... Ne, du... Lass mal stecken! Ach, du bist ein Gegner! Wie warst du mit den Farben? Nein! Ich dachte... Au! Jetzt hat mich einer... Tim! Ey, warte! Ich hab dir ein Medikit zugeschmissen! Das ist wirklich so! Jetzt weißt du mal, wie das ist! Das weiß ich, wie du dich fühlst! Ja! Das ist bitter von sowas gekillt zu werden, ne? Damn, hier ist ne Lanze! Komm, gönnen wir uns Lanzen! Lanzen? Ja! Ja, wir müssen ja irgendwie was kompensieren, weil wir nix so langes in der Hose haben, ne? Angriff! Hahaha! Ich will jetzt... Wie das klingt, wenn jemand tritt damit, Junge! Au! Aber das Ding hat Reichweite! Ja! Und R2 ist nicht eine Umhautaste immerhin! Ja! Ja, ich will ja kein Team Schaden machen! Tee! 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 Hahaha! Was machst du da? Wie das Armi-Fak-Alles war! Ich hab's dir die ganze Zeit aufm Kopf gehauen! Haha! Hier, kommt hier nicht! Vorbei! Man nennt uns das Lanzen-Duo! I'm on the fire! Ist wohl hot, he? Oh! Lanzen, Timi! Angriff! Oh! Okay! Das war, oh, Mordhauber. Au. Der hat meinen Kopf. Das ist ja schnendert, ne? Nichts da, lass den Spieler in Ruhe. Du, er hat zwei Sperre. Oh, durchs Holz. Lanze, Rang 2 erhöht. Was? Das hört sich schon irgendwie falsch an. Ist der jetzt etwas länger oder wie geworden? Kann sein. Angriff. Ey, du faules Schwein. Beweg dich. Los. Was ist das denn? Oh Gott, die geht zu einer Schlägerei mit ohne Treten und halten sich nicht dran. Ach, wo bin ich hier wieder hingeraten? Los, komm, wir haben den Champion fast befreit. Oh Gott, Alter. What the fuck, Alter. Ja, und der kommt und staubt da alle ab. Also das heißt, das ist ein Spieler, ne? Das heißt, der Spaß, den muss eigentlich nur durchlaufen wie vorher. Wieso bleiben alle da stehen so rum? Ich weiß nicht, ich finde das so geil. Leute, Leute, wir wollen laufen. Das ist wie alle rumschrauben. Ja. Ich habe wieder, weil ich wieder tot. Ey, das beste R2-Duell, was ich hier gesehen habe, ne? Oh, bist du runtergefallen? Er hat es geschafft. Jawohl. Loser. Äh, was? Er wurde getötet. Er ist einfach nur schockiert. Ich, ich, der kommt zu mir. Ich habe totgefunden zu flüchten. Wir verlassen das Land. Hältet unsere Narbe. Halt einfach die Fresse. Ja, man sollte sich nicht zu früh freuen, gerade ich. Aber hat trotzdem Spaß gemacht, das Match. Wenn euch die Videos aufgefallen, liken, abonnieren. Man kennt diese ganze YouTube-Händler-Masche. Jetzt gleich kommt noch mein Outro hier mit schöner Rockmusik und Videos, die euch gefallen könnten oder die euch interessieren. Ich sage jetzt noch Tschüss, bis dann und habt noch viel Spaß beim Zocken.